Stiftung. Ja, wir sprechen heute Abend über Griechenland, das Sorgenkind Europas. Auch wenn die Griechenland-Krise in den Medien ein bisschen nach unten gerutscht ist, bleibt die Krise dort doch hochdramatisch aktuell und deshalb freue ich mich, dass sie heute gekommen sind. Nach den Wahlen besteht Hoffnung. Die griechischen Wähler und Wählerinnen haben ein klares Votum abgegeben. Sie wollen eine stabile Regierung und sie wollen eine Regierung, die mit den Reformen beginnt. Deshalb gibt es Hoffnung und diese Hoffnung ist auch wichtig, denn die soziale und wirtschaftliche Not in Griechenland ist groß. Gleichzeitig bleibt das Problem mit der Eurozone, denn die Ungleichheiten, die ungleichen Wirtschaftsleistungen der Eurozone sind. Also dieses Problem ist nicht gelöst und der Brexit ist deshalb noch immer nicht vom Tisch. Deshalb wollen wir heute Abend darüber sprechen, wie die Lösungen aussehen können, die Wege aus der Krise und welche Rolle Deutschland dabei zu spielen hat. Dafür haben wir Gäste aus Griechenland, Großbritannien und Deutschland eingeladen. Ich bin sehr gespannt, was Sie zu sagen haben. Ich übergebe jetzt das Wort ohne große Umschweife an Marlis Uken. Sie ist Wirtschaftsredakteurin bei Zeit Online und Volkswirtin und damit die kompetente Moderatorin des heutigen Abends. Bitteschön. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Pütz. Ja, mein Name ist Marlis Uken. Ich arbeite im Wirtschaftsressort von Zeit Online, dem Internetauftritt der Wochenzeitung Die Zeit. Dort kam mir im Frühjahr nach der Wahl in Griechenland das Vergnügen, die neue Zipras-Regierung zu begleiten und sie hat mich zahlreiche schlaflose Nächte in Brüssel gekostet, inklusive dieser Marathon-17-Stunden-Sitzung Anfang Juli, in dem dann die EU-Staats- und Regierungschefs ran mussten, um das dritte Hilfspaket am Ende doch durchzudrücken und sich irgendwie mit Griechenland darauf zu einigen. Also ich weiß, was Griechenland sozusagen alles irgendwie versucht hat durchzusetzen und wie viel Schweiß und Tränen das doch auch irgendwie in Brüssel gekostet hat. Jetzt haben wir die Wahl vor zwei Wochen gehabt und das Ergebnis ist überraschend, würde ich sagen. Also Zipras hat gerade mal 0,8 Prozentpunkte verloren und am Ende haben wir die gleiche Konstellation der Regierungsparteien wie Anfang Februar. Also ist jetzt alles gleich oder gibt es jetzt eine entscheidende Veränderung? Natürlich gibt es die. Zipras muss auf einmal ein Regierungspaket umsetzen, was er doch eigentlich das ganze halbe Jahr zuvor vehement bekämpft hat. Ich habe heute morgen einen Witz noch in der FT dazu gelesen, dass der einzige Vorteil, den Zipras zurzeit hat, wie er in diese zweite Amtszeit geht, der sei, dass er eben keinen Gegner wie Alexis Zipras jetzt mehr habe. Also mal schauen, wohin das geht. Deswegen heute Abend wollen wir einmal drüber reden, was ist in Griechenland los. Ganz toll finde ich ist, dass die Böll Stiftung dafür gesorgt hat, dass wir einen Vertreter aus Griechenland mit an Bord haben, weil viel zu oft wird eben über Griechenland geredet und gar nicht mit Griechenland und eben wie Frau Pütz gerade sagte, spannende, interessante Vertreter eben aus Großbritannien und Deutschland. Also eine interessante Runde und jetzt beginnen wir einmal mit der Vorstellung. Als erstes möchte ich Lisa Paus auf die Bühne bitten. Lisa Paus ist Bundestagsabgeordnete. Genau, ein kurzer Applaus gerne. Lisa Paus ist Bundestagsabgeordnete für die Grünen, sicherlich den meisten hier bekannt. Sie ist unter einem auch Diplom-Volkswirtin und Sprecherin für Steuerpolitik. Sie hat bei der Abstimmung im Deutschen Bundestag sich enthalten als abgestimmt, wurde im Gegensatz zu, glaube ich, dem Großteil der Grünen-Fraktion, dem Großteil, oder? Ja, genau. Und sie hat auch kürzlich nochmal einen Gastbeitrag veröffentlicht. Griechenland wird zur Schuldenkolonie eben auch nochmal verstärkt durch das dritte Hilfspaket. Ich bin gespannt, was Sie dazu nochmal uns erläutern werden. Danke. So, als nächstes darf der Grieche auf die Bühne. George Pagulatus. Toll, dass Sie da sind. Mr. Pagulatus will speak in English, but we've got a translation, so hopefully you all have headsets to understand him. If you need one, so just get one there at the entrance. Mr. Pagulatus ist Professor für europäische Politik an der Universität in Athen, bezeichnet sich selbst, wenn man ihn so politisch auf dieser Landkarte verordnen möchte, als Center Left. Und er sei kritisch, was die Tsipras-1-Regierung angeht, was er sicherlich uns auch nochmal im Detail erläutern wird und vielleicht auch irgendwie einige Zustimmung da finden wird. Er ist für einen Schuldenschnitt und das vor allem irgendwie, er ist aber auch darauf ankommt, die Wirtschaft jetzt wieder in Fahrt zu kriegen. Wahrscheinlich eine Konsensposition her, aber ganz wichtig, ganz toll, dass Herr Pagulatus uns nochmal die griechische Sicht heute Abend erzählen wird. So, dann Henning Mayer auf die Bühne. Henning Mayer ist unser deutscher Sozialdemokrat aus London und ist inzwischen auf zwei Standbeinen unterwegs, hat er mir im Vorgespräch erzählt. Auf der einen Seite hat er ein Beratungsunternehmen namens New Global Strategy und betreut gleichzeitig eine Medienplattform Social Europe, in dem er irgendwie, ich würde mal sagen, sehr bekannte Namen und manchmal auch sehr neue Namen, aber deswegen umso spannendere Ideen und Namensbeiträge veröffentlicht, wohin sich Europa entwickeln soll, kann, nicht darf. Unter anderem auch Herr Pagulatus dort als Mitautor. Und Henning Mayer ist gleichzeitig noch angebunden an die London School of Economics, das ist ja eine sehr bekannte, renommierte Wirtschaftsfachschule in London. Das dritte Hilfspaket ist falsch, sagt Henning Mayer. Sicherlich irgendwie auch eine Position, über die wir vielleicht hoffentlich auch gleich weiter streiten werden. Und die Rolle Deutschlands war katastrophal. Also mal schauen, wir wollen diese Runde irgendwie einmal das große Bild aufziehen. Eben nochmal vielleicht zur Einordnung, ich möchte gerne über Ursachen dieser Krise sprechen, auch über vor allem Lösungen und wohin es jetzt weitergeht, aber eben auch über die Rolle Deutschlands und ob wir uns da gerade irgendwie mit Ruhm bekleckert haben oder nicht. So, und als letzten Teilnehmer, aber last but not least, möchte ich Ogneren Hischof auf die Bühne bitten. Auch ein kleiner Applaus, wäre nett. Er ist gebültiger Bulgare, also irgendwie nah an Griechenland rand, aber ich weiß gar nicht, wie lange Sie inzwischen hier leben. Also lange genug, okay. Herr Hischof ist Mitglied der Forschungsgruppe EU Europa an der Stiftung Wissenschaft und Politik, Ökonom auch, und sagt eben, das finde ich ganz spannend und wird sicherlich irgendwie für interessante Positionen sorgen. Irgendwie der Schuldenschnitt bringt gar nichts, wenn wir den jetzt machen. Das ist ja doch eine Forderung, die, glaube ich, doch einige Teilnehmer auf der Bühne vertreten werden. Und was die Position Deutschlands angeht irgendwie und gerade in den letzten Monaten, sagt er unter anderem, es ist eine absurde Vorstellung zu glauben, dass Griechenland eigentlich irgendwelche Rechte gehabt habe. Genau, also es wird, glaube ich, ganz spannend und launig und ja, dann nehme ich noch Platz. So, dann legen wir mal los mit der Stimme aus Griechenland. Herr Pagulatos, Sie haben ja, Sie verfolgen die Tsipras-Regierung schon seit langem. Sie haben die erste Tsipras-Regierung mitgekriegt, dann kamen die Wahlen, alles auf Neustart, aber eben auch nicht. Was würden Sie sagen, geht Tsipras jetzt eigentlich gestärkt in diese zweite Amtszeit und was sind seine wichtigsten Herausforderungen da? It's on. Thank you for inviting me. It's a pleasure to be back. Is Tsipras entering in a better position? Tsipras has a majority which is at the same percentage than the one he got in January. He also has backing in order to implement the program that he has. und das wurde von 222 M.A. in Januar gezwungen. Deshalb ist er nicht nur um die Programme zu implementieren, sondern auch um es zu verbessern, wo es möglich ist, wo es möglich ist, und es gibt auch die Bereiche zu verbessern, und auch um eine Verliefung zu regieren, die die Grieße in einen Weg zu steuern. Der Fakt, dass er ein Parlament hat, der nicht seine Politik auf die Substanz, sondern ihn ideologisch oder politisch, ist etwas, das ihm viel größer Macht als jeder Regierung hatte vor ihm. Und der Fakt, dass er ein Programm mit den Erektoren-Programmen, die er mit dem Erektoren-Programmen, die er mit dem Erektoren-Programmen, die er und der Parlament hat, ist auch etwas, die er zu ermöglichen, wie er er hat, mit dem Erektoren-Programmen, ohne einen weiteren politischen, oder diplomatischen, oder mit den Erektoren-Programmen, mit den Erektoren-Programmen. Das ist etwas, das hat die Dinge sehr schwierig gemacht, in Bezug auf, zu bestellen, die politische und politische Stabilität in den ersten paar Monaten, während seiner ersten Regierung. der Erektoren-Programmen, war ein Klima, das eine Klinik zu einem Kredit-Programm die die Erektoren-Programmen in eine andere Jahre, die in einer Recession-Programmen, wenn wir jetzt wieder zurückkommen. Also, dass wir jetzt die politische Stabilität haben, und dass der Regierung eine große, die soziale und politische Legitimation haben, und dass es den Mandaten zu implementieren, ein Programm, das die Erektoren-Programmen in der EU-Programmen und das Regierung, die die Klinik zu ermöglichen, die die Kliniken, die den Brexit hinter uns und auch die Greece auf einen Weg zur Rückkehr. Das gesagt, ich habe mehrere kritische Punkte auf das Programm, aber ich bin sicher, dass wir darauf zurückkommen. Herr Mayer, wie schätzen Sie das ein? Also, er gerade ist darauf eingegangen, wie die innenpolitischen Gegner sozusagen inzwischen ausgeschaltet wurden. Das klingt vielleicht ein bisschen zu martialisch, aber die sind jetzt erstmal raus. Wie schätzen Sie Zipras Spielraum in Europa, in Brüssel, in der Euro-Gruppe, bei den nächsten Verhandlungen, wenn es jetzt darum geht, die ersten Bewertungen zu machen? Ja, es wird ja erstmal, so wie ich das sehe, so schnell keine Verhandlungen mehr geben. Unser Spielraum in der ersten Regierung war sehr eng und ich sehe, genauso wenig wie nach dem Referendum, wie seine Spielräume jetzt in Brüssel erweitert werden würden. Das Problem ist, er muss umsetzen, jetzt ein Programm, von dem viele inklusive mir selbst glauben, dass es kontraproduktiv ist. Es ist gegen den Willen der Regierung, es ist gegen den Willen des Volkes und das wird sehr, sehr schwierig sein, dort überhaupt einen konstruktiven Pfad einzuschlagen. Das ist das, was ich jetzt als erstes mal sehen möchte. Wie wird das denn in der Realität umgesetzt und wie kann das man unter diesen Vorzeichen überhaupt in irgendeinem einigermaßen positiven Prozess münden? Das ist mir noch nicht ganz klar und das ist, glaube ich, das Erste, worauf man achten müsste. Frau Paus, Herr Mayer sagte gerade, das ist ein Programm, das gegen den Willen des Volkes ist. Auf der anderen Seite hat jetzt gerade das Volk irgendwie nochmal Herrn Tsipras neu gewählt und damit auch dieses Programm und die Zusage dazu bestätigt. Also, wie schätzen Sie das ein? Wird das griechische Volk dahinterstehen, was jetzt Tsipras umzusetzen hat? Das sehe ich nicht. Warum sollten Sie das tun? Also, ich sehe da eine sehr resignative Stimmung. Es wurde jetzt noch nicht erwähnt, dass die Wahlbeteiligung jedenfalls nicht sehr hoch war und natürlich gab es andere Parteien, die man hätte wählen können. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wo war die Alternative? Ja, so und tatsächlich ist jetzt Griechenland in der Situation wie vor einem Jahr, nur mit schlechteren Bedingungen. Und Tsipras ist als starke Figur unangefochten. Aber das, was ja die EU von ihm erwartet, was insbesondere Deutschland von ihm erwartet, dass da jetzt schwungvolle Reformen durchgeführt werden. Und dass die Verwaltung da jetzt funktioniert und aufgebaut wird und funktioniert. Woher soll das kommen? Die Gewerkschaften werden da kaum mitziehen. Das Programm ist so, es ist schon angedeutet worden, dass der Austeritätskurs weitergehen muss. In dem Programm steht drin, dass wenn die Ziele nicht erreicht werden, durch entsprechende Ausgabenkürzungen, dass weiter nachgekürzt werden muss. Von daher, wo ist die Hoffnung? Ich sehe eher, dass es eine allgemeine Resignation gibt. Es hat den kurzen Sommer sozusagen des Protestes gegeben. Das Window of Opportunity, das ist jetzt wieder zu. Und jetzt versucht man da irgendwie, sich durchzuwurschteln. Aber die entscheidenden Fragen sind nicht gelöst. Und deswegen bin ich sehr resignativ. Herr Hischow, lassen wir uns mal ein bisschen auf die Ursachen dieser Krise eingehen. Auch wenn man das Gefühl hat, man diskutiert über Ursachen dieser Krise so ungefähr im Halbjahrestakt. Nochmal ganz, ganz grundsätzlich zurück. War es ein Fehler, dass Griechenland Mitglied des Euros wurde? Das möchte ich in einer Sekunde sagen. Lassen Sie mich erstmal ein etwas breiteres Bild zeichnen. Ich will nichts ablesen. Ich habe nur ein paar Zahlen mitgebracht, die würde ich gerne hier mit dem Auditorium, würde ich gerne dem Auditorium vorstellen. Wir reden über Griechenland. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken, Griechenland ist seit 1981 Mitglied der Europäischen Union. Um 1980 war Griechenland eines der wohlhabendsten Staaten in den damaligen europäischen Gemeinschaften. Es war also sein Pro-Kopf-Einkommen, zu Kaufkraftparitäten würden die Ökonomen sagen, also so was den Lebensstandard salopp ausgedrückt anbelangt, war ungefähr auf dem Niveau Großbritanniens. Deutlich wohlhabender zu jener Zeit als Spanien. Doppelt so wohlhabend als Portugal, dreimal besser damals als die Türkei. 2004, als die erste große Osterweiterungswelle stattfand, war Griechenland wohlhabender als die meisten mittelosteuropäischen neuen Mitgliedstaaten. 2013, also circa zehn Jahre später, war Griechenland inzwischen hinter Tschechien, Ungarn, der Slowakei und Slowenien. Und dann drängt sich die Frage auf, ist das der kranke Mann Europas und ist was faul im Staate Griechenland? Also 2001 ist ja Griechenland der Mitglied des Euros geworden und wenn ich jetzt Ihre Zusammenfassung richtig verstehe, ging es seitdem bergab. Aber warum? Eigentlich hatte ja der Euro eine ganz andere Idee, er sollte ja eigentlich das Wirtschaftswachstum beflügeln. Nicht nur der Euro, sondern auch die Mitgliedschaft in der EU oder damals in den europäischen Gemeinschaften. Die Idee dahinter war, dass Länder mit einem geringeren Pro-Kopf-Einkommen einfach aufschließen. Einige haben es nicht geschafft und ein besonders ausgeprägtes Beispiel hier ist leider Gottes Griechenland und das ist so geblieben. Das heißt, die Probleme sind nicht erst jetzt neu entstanden. Das, was wir jetzt beobachten, ist wahrscheinlich die Spitze des Eisberges. Aber hier liegen andere Ursachen dafür vor, fundamentale Ursachen, die niemals richtig angegangen worden sind. Herr Pagulath, ich glaube 2009 musste Griechenland, der griechische Premier Papandrio eingestehen, okay, wir sind weit aus höher verschuldet, als ihr alle gedacht habt. Wie passt das eigentlich zusammen? Eben diese Situation, wie Herr Hischoff gerade erzählt hat, alles in Ordnung, dann kommt der Euro und dann geht es bergab. Hat da jemand nicht genug hingeschaut? Herr Pagulath, wenn das eine Frage ist, warum wir die Krise entstanden haben, ich würde sagen, dass die Antwort ist eher kompliziert. Aber das ist nur ein Teil der Bildung. Ich glaube, dass wir in der Euro nicht in Ordnung haben, dass wir die Reformen die notwendig sind. Es gab eine Komplacenz, die mit den Lowen Borrowindungen sind. Wir haben in einer Krise, in einer Situation mit dem Grunde budget deficit von 11 Prozent, mit dem Account deficit von 15 Prozent, mit dem öffentlichen Debt von 120 Prozent. Das ist sicherlich nicht die signen von einer gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Ökonomie. Aber das ist nur ein Teil der Bildung. Denn die Eurozone-Krise war nicht eine Fiskale-Krise, und es war natürlich nicht eine Krise von Greece, oder von Greece's Debt-Krise. Wenn das der Fall ist, dann hätten wir nicht die Irlande oder die Spanien in die Länder, die unterstützt wurden, oder die Länder, die als die Gipps oder die Pigs, in weniger Charitable terms, die Länder der Peripherie. Sie kamen in eine Krise, die nicht durchschnittliche Ökonomie von hohen öffentlichen Debt, sondern durchschnittliche Ökonomie und imbalances, und eine Fiskale Sektor, die war integriert, aber nicht zuverfassend. Und sie wurden zu einem hohen von sehr cheap Lenden Rates, die nicht geregelt wurden, und die Buben in der Real Estate und der Finanzierung zu entwickeln, die Probleme der Macro-Economie desstabilisieren, die die Accounts und die Private Debt zu Budget Deficiten und Public Debt. Das war nicht nur ein Problem von nationalen Regeln, nur. Greta, in eine sehr orthodoxe Weise, weil unsere Krise war sehr stark, eine Fiskale, aber es war auch eine Krise die mit dem mit dem Ereignen-Market-Typ in der Euro-Zone, und was wir in 2010 haben, war ein typischer Schnittstück, ein Ereignen-Market mit dem Ereignen-Market in der Eurozone 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 haben, in die Eurozone in einer zöpfung, in einer direkten und wöchentlichen in der Eurozone außerhalb der Kicken der Bucke. Das ist, um die Krise zu sehen, mit uns nach fünf Jahren. Und uns Grieks from seeing Greece disappear from the headlines because we have more important issues to be discussing. There are hundreds of thousands of people who are coming as refugees in our shores and in the borders of Europe and yet we are discussing a problem that shouldn't be with us any longer if we were able and if we are able to treat it in a viable way. Keine Frage, das Flüchtlingsthema, ein großes Thema aber wir haben uns entschieden, das heute Abend nicht zu thematisieren weil sonst, glaube ich, dieses große Thema den Abend gesprengt hätte aber es ist super wichtig. Herr Mayer, nochmal auf das erste Hilfspaket eingehend was da 2010, glaube ich, verabschiedet wurde hat man da schon den grundsätzlichen Fehler gemacht und gesagt, hier neue Kredite, um alte Kredite abzulösen war das der Beginn dieser Spirale? Was hätte man da anders machen müssen? Also erstmal, ich glaube, die Anatomie dieser Krise ist nicht so wirklich schwer zu verstehen. Es gab, was jetzt als Euro-Krise verstanden wird bis das ausbrach, tatsächlich Fehlverhalten auch in Griechenland das hat George ja auch schon gerade beschrieben das bestreitet ja auch keiner. Im Übrigen wurde natürlich auch von EU-Seite weggeguckt es ist immer sehr einfach möglich was in der Volkswirtschaft als fiskalische Illusion bekannt ist für ein Jahr die Defizite zu schönigen und dann die Deadline einzuhalten wenn man Sachen dann auf Balance Sheet schickt oder ähnliche Geschichten also das ist immer möglich gewesen dann gab es auch ein bisschen Finanzalchemie also da waren etliche Methoden verwendet worden Was ist denn Finanzalchemie zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass man Sachen aus dem Account rausrechnen kann indem man eine Securitizer oder Derivate raufstrickt oder sowas fragen Sie bei Goldman Sachs nach die haben es, glaube ich, gemacht Da rufe ich bei der EZB an Also da gibt es sehr, sehr viele Methoden die man das machen kann und was als fiskalische Illusion bekannt ist ist ganz einfach das dass man, wenn man eine bestimmte Zahl zum bestimmten Zeitpunkt erreichen muss das relativ einfach machen kann indem man solche Methoden anwendet um das zu erreichen So, das war ein Problem Aber, als dann das Problem tatsächlich ein breiteres wurde Wie wurde dann dem Patienten geholfen? Und da kommen wir jetzt zu dem Paket 1, 2 und von mir aus auch 3 Dann wurde letztendlich dieses angebliche Hilfspaket geschnürt Was, wir kommen bestimmt nochmal drauf dass es ja eigentlich auch zugunsten der Krediteigner war insbesondere deutschen und französischen Banken Das spielt ja da mit Sicherheit auch eine Rolle Aber das Problem ist viel fundamentaler in der Natur Unabhängig, völlig unabhängig von Griechenland Wenn ich jemandem Geld leihe und das unter der Bedingung mache wo ich im Prinzip wissen muss dass diese Bedingungen dazu führen dass das Einkommen des Schuldners sinkt setze ich den Schuldner damit sozusagen fest Also ich kreiere selber die Bedingungen die dafür dann nachher verantwortlich sind dass dieser Kredit nicht zurückbezahlt werden kann Nichts anderes ist sozusagen diese Austeritätskonditionalität die, was ja nachweisbar ist und das ist inzwischen auch vom IWF in einem Mea culpa akzeptiert worden Ja, der verrechnet Die Multiplikatoren waren halt falsch Also das Volkseinkommen in einer Weise gesunken ist dass letztendlich die Tragfähigkeit der Schulden die ja immer berechnet werden als Einkommen im Verhältnis zum Schuldenstand nicht mehr tragbar war und auch nicht nach dem Schuldenschnitt Das war der Grundfehler in der Konstruktion von diesem Hilfspaket dass es eben nicht darum ging sozusagen Griechenland auch mit Wachstum auf die Beine zu helfen und dieser Fehler wurde fortgesetzt von Hilfspaket 1, 2 und 3 sodass wir jetzt wir reden immer über Strukturreform natürlich müssen wir über Strukturreform reden Katasteramt, Steuerbehörde Alles richtig Aber wenn die EU OECD sagt wir haben jetzt eine negative Output-Gap von 10% in Griechenland Das heißt mit anderen Worten Erklären Sie kurz Output-Gap Also wir haben jetzt 10% an Kapazität im Vergleich zu einem Potenzial das jetzt schon da ist das schlichtweg nicht genutzt wird Das heißt mit einem Investitionsprogramm könnte diese Output-Gap eigentlich relativ schnell geschlossen werden Das heißt Griechenland könnte 10% vom Bruttoinlandsprodukt besser darstellen Das wird jetzt schon nicht ausgenutzt Also das Volksankommen ist um 30% gesunken Der Schuldenstand ist immer weiter gestiegen und das war überhaupt gar keine Überraschung Das war vorherzusehen und es war vorhergesagt Aber trotzdem haben wir immer wieder denselben Fehler gemacht weil wir ihn nicht als Fehler akzeptiert haben und das war aufgrund von politischen Gründen Frau Paus nochmal kurz auch zu diesem Punkt Ein Land oder irgendwie in diesem Fall EU und IWF geben Geld Für mich ist es naheliegend dass sie im Gegenzug aber auch etwas erwarten Also was wäre die Alternative gewesen jetzt keine Bedingungen zu geben irgendwie kann es ja auch nicht gewesen sein Also die haben ja kein Geld verschenkt sondern sie haben ja Kredite gegeben Am Anfang übrigens auch sehr gut verzinst Ich erwähne immer gerne dass Griechenland mehr höhere Zinsen bezahlt hat als die Commerzbank beispielsweise an Deutschland Höhere Zinsen So inzwischen es werden immer noch Zinsen gezahlt sie werden inzwischen auf ein Extrakonto gezahlt aber es werden immer noch Zinsen gezahlt wir haben nichts verschenkt Und es gibt ja glaube ich die Zusage dass die jetzt auch an Griechenland zurückfließen sollen diese in Anführungsstrichen unmoralischen Gewinne Aber trotzdem ist es erstmal so Griechenland hat nichts geschenkt bekommen sondern Griechenland hat einen Kredit bekommen auf den es auch Zinsen gezahlt hat und Zinsen zahlt Deutschland hat auch was dafür bekommen es hat eben erstmal dafür bekommen eigentlich denkt man ist so ein schlechtes Geschäft wenn die den Schuldner in eine immer schlechtere Situation bringen dann erhöht man ja das Risiko für den eigenen Kredit wie dumm ist das denn Stimmt auch deswegen kann man auch eine andere Politik aus guten Gründen für Richtige halten aber erstmal ist es so man kann schon sagen Deutschland hat auch was dafür bekommen Deutschland hat ja selber nicht nur wegen Griechenland aber ausgelöst durch Griechenland und dann die Euro-Krise Deutschland hat selber von dieser Krise profitiert erst mal konkret dass deutsche Banken keine Kreditausfälle hatten was bei einigen Banken zum Beispiel der Deutschen Bank die bekanntlich eine nicht so hohe Eigenkapitalquote hat auch ein relevanter Punkt war es war aber nicht nur die Deutsche Bank sondern es war auch die Landesbank Baden-Württemberg es waren verschiedene Landesbanken die da beteiligt waren die eben Milliarden investiert hatten in Griechenland die mussten erstmal diese Kredite nicht abschreiben sondern die galten weiter und das andere ist dass Deutschland über 100 Milliarden Euro insgesamt gespart hat an Zinskosten weil die Euro-Krise insgesamt dazu geführt hat dass die Staatsanleihen für Italien und Spanien und Griechenland solange sie noch am Markt sind teurer geworden sind aber deutsche Staatsanleihen ja sich sehr niedrig verzinsen das ist schlecht für den Anleger aber ist natürlich gut für den deutschen Staat und es gibt seriöse Berechnungen vom Leibniz-Institut die eben ausgerechnet haben es sind inzwischen über 100 Milliarden Euro die der deutsche Bundeshaushalt gespart hat aufgrund der Krise also von daher Deutschland hat auch konkret profitiert wir haben nicht nur nichts verschenkt sondern wir haben direkt ökonomisch profitiert wir sind natürlich ins Risiko gegangen wir sind Haftungen eingegangen die sind auch nicht ungefährlich aber wenn es erstmal konkret um die Rechnung geht momentan haben und sollen dann ist es so wir haben sogar ökonomisch davon profitiert und Griechenland eben nicht sondern Griechenland ist eben drastisch ärmer geworden und momentan auch nicht mit einer positiven Perspektive und die Laufzeiten von diesen Anleihen hängt ja davon ab die 100 Milliarden sind ja jetzt schon gespart worden aber diese niedrigen Zinsen sind ja natürlich über die Laufzeiten der Refinanzierung auf Jahre hinaus rein programmiert also das wird sich auch wenn jetzt nichts mehr passiert noch mal weiter steigern Herr Hischo lassen Sie uns ein bisschen auf die aktuelle Lage kommen und wir haben ein drittes Hilfspaket 86 Milliarden Euro Umfang erstmal Sie haben in unserem Vorgespräch gesagt diese Forderung die doch immer noch aus Griechenland manchmal wieder hochkommt wir brauchen doch den Schuldenschnitt die macht keinen Sinn erklären Sie kurz warum Naja Angenommen es kommt jetzt ein Schuldenschnitt ich sehe da keinen Effekt auf die griechische Volkswirtschaft weil momentan die Ratenzahlungen ausgesetzt sind und die Zinszahlungen die sind relativ gering ich meine Griechenland ist Mitglied des Eurogebiets als sich diverse Länder dafür entschieden haben die gemeinsame Währung zu übernehmen die haben sich auch die Konditionen einer gemeinsamen Währung genau angeguckt und haben unterschrieben dass sie diese Konditionen akzeptieren und eine die wichtigste Kondition ist man gibt ein effektives wirkungsvolles makroökonomisches Steuerungsinstrument auf das ist der Wechselkurs der nominale Wechselkurs an seiner Stelle tritt etwas anderes ein man akzeptiert die sogenannte reale Steuerung der Volkswirtschaft und die ist sehr schmerzhaft und das haben alle Länder die in eine Krise geraten sind zu spüren bekommen die meisten davon sind aber damit fertig geworden ein Land ist bis jetzt damit nicht fertig geworden und das ist Griechenland und das muss gesagt werden es kann ja nicht sein dass immer wieder hier verstehen Sie schwarz-weiß Bilder gezeichnet werden und das heißt die einen sind die Opfer und die anderen sind die die Täter so einfach ist das nicht wenn es die Slowaken die Balten keine Ahnung die Portugiesen die auch die Slowenen auch die Bulgarien obwohl sie nicht nominal Mitglied des Eurogebietes sind aber de facto schon weil der Wechselkurs fest ist die Spanier selbst die Italiener es geschafft haben mit Anstrengungen aus dem Größten raus zu kommen dann kann man erwarten dass es jeder andere auch schafft und wenn das nicht der Fall ist dann muss man ganz konkret fragen warum denn ausgerechnet dieser andere es nicht schafft dann fragen wir mal Herrn Pagulatus warum schaffen Sie es nicht I think the the answer to that has been partly given by what Henning has said before the fact was that Greece entered in the crisis in 2010 in an unsustainable position with regard to the public debt the IMF entered and applied a stabilisation programme of the typical bailout programmes that it used to apply except one instrument was not there in fact two instruments were not there devaluation and debt relief obviously devaluation was out of the picture we cannot have currency devaluation and we did not want to have one and that is why we subscribe to internal devaluation let me make a parenthesis here the internal devaluation if it is well-targeted can be more internal devaluation is when you try to recover competitiveness and to cover the gap and the lost ground if you're entered into a crisis through a large external deficit so you try to cover the difference that you would be able to cover by devaluing your currency you cannot devalue your currency but what you do you lower prices and wages now there is a way that internal devaluation can be rendered more fair compared to a currency devaluation currency devaluation hits all the wage earners and the salary earners and the pension earners whose real purchasing power devalues when the currency depreciates a lot of what they consume is imported therefore they have a lower purchasing power who wins from devaluation those who have their income or their capital in hard currency so the very wealthy are much better off after a currency devaluation the poorer the pensioners the wage earners are worse off internal devaluation can be very painful for a society and it's extremely painful for any government that tries to implement it but and of course it can put the society to a debt deflation spiral such as that which was described before but if targeted correctly so for example starting reducing the highest wages and leaving the lower ones intact reduce the higher pension and leave the lower ones intact raise VAT rates on luxury goods and leave those that have to do with items that are consumed by the majority of poorer people intact and so forth you can have a more fair distribution of the cost of adjustment through internal devaluation in a way that mimics the effects of a currency devaluation now why wasn't the Greek economy viable first of all I do not believe that it was not that it was a case that was doomed all the way there were very serious mistakes that were committed in the process that led to a self defeating effort and led to a self undermining program these mistakes as I said first there was no debt restructuring in the beginning why wasn't there because the Eurozone was not discussing it and some of the reasons were mentioned by the previous speakers and second the program was excessively a program of austerity was a program of fiscal consolidation that has never been attempted or has never been implemented to such an extent if you look at the reduction of primary budget deficit it came down by 11 percentage points between 2009 and 2014 amidst a recession of 25 percent of GDP loss in what we call cyclically adjusted terms this equals a reduction of 17 percentage points fiscal consolidation of 17 percentage points of GDP if you calculate the effect of the economic cycle this is the steepest and the harshest fiscal consolidation you can find in any developed OECD country and I've looked at the numbers and there's no such case so this means that you have an adjustment path that undermines the effort because it leads to a shrinking GDP which then leads to fiscal target slippage which then imposes harsher fiscal measures which intensify the recession and so forth this is the vicious circle that is why the multiplier was lost last point as I said debt restructuring was not there from the beginning when it came it was too little too late most importantly throughout this adjustment effort every single policy was recessionary incomes policies were restrictive fiscal policy was extremely recessionary and monetary policy was not able to deliver lower credit rates for the peripheral countries businesses even the healthiest ones in the Greek economy as much as Spanish Portuguese Italian economy were borrowing with six five or six or seven percentage points higher than the northern European competitors because of the credit crunch because the monetary transmission mechanism was broken and because of the country risk the most important factor that undermined the program was the failure of the Eurozone to do what Mr. Draghi did in 2012 to say that I will do whatever it takes to make sure that Greece remains in the Euro this was not uttered in such explicit terms throughout the effort between 2010 and 2013 actually until the beginning of 2013 for almost three years the specter of Grexit was overhanging over the Greek economy no one would ever invest or undertake any business activity in an economy that or the high risk of currency devaluation and an exit from the Euro zone and that is the main reason why the Greek programs were crippled and debilitated and ended up into a self-feeding austerity and recession that led to the next program was even harsher than the previous one and so forth Frau Paus Sie haben sich ja enthalten beim dritten Hilfspaket da möchte noch mal ein ein paar Gründe dafür und vor allem was fehlt diesem programm es stehen reformen drin das finde ich und das finden auch die grünen gut trotzdem muss man auch bei diesen reformen sehen nicht nur dass da vernünftige steuerverwaltung hinkommt und so weiter das noch nicht ganz klar ist wie das dann personell umgesetzt wird sondern man muss sehen dass natürlich diese reformen die jetzt kommen zum Beispiel im Gesundheitsbereich in anderen Bereichen dass solche reformen weitere liberalisierung tendenziell weiter preissenkend wirken das ist immer so bei strukturreformen liberalisierung soll ja auch den effekt haben dass preise sinken das ist ja wahrscheinlich das ziel genau nur wenn man aber das in einer situation tut wo man immer noch in der rezession ist das heißt diese wirtschaft wächst nicht nur nicht sondern sie sitzt weiter in der abwärts spirale dann ist es eben weiter für jedes unternehmen ein problem der verbraucher freut sich die preise sinken ich kann vielleicht nächsten monat ist noch billiger kriegen als in diesem monat der verbraucher wartet der unternehmer der hat ein problem weil er muss heute kaufen die dinge die die er produzieren will die ganzen inkaufs also die inputs muss er heute kaufen zu entsprechenden preisen und zumindest wenn er das in griechenland verkaufen will dann weiß er dass er tendenziell hinterher dafür geld bekommt was weniger ist als das er vorher eingesetzt hat das heißt er hat nicht nur keine rendite sondern er hat wahrscheinlich sogar einen Verlust das ist das problem wenn eine wirtschaft sich in einer rezession befindet wenn die preise insgesamt überall fallen und deswegen muss man genau dieses setting ändern griechenland braucht strukturreform ja dringend aber griechenland braucht zusätzlich ein investitionsprogramm makroökonomische bedingungen in denen das dann auch so aussieht dass eben diese neuen geschäftsmodelle diese neuen produktionen diese neuen bedingungen dann auch sich rechnen und das ist bisher nicht da es gibt kein investitionsprogramm und es ist nach wie vor so dass eben diese schuldenfrage nicht gelöst ist es ist richtig dass griechenland in diesem jahr da kein problem hat ja weil dieses jahr praktisch keine zinsen zu zahlen sind auch im nächsten jahr und auch im übernächsten jahr so trotzdem hat griechenland aber ausgerechnet nicht von mir sondern vom iwf in drei jahren einen schuldenstand von 200 prozent so und das sieht dann eben auch jeder auch ausländische investor dass das keine stabile situation ist nicht nur weil im maßrecht vertrag drinsteht es sollten eigentlich nur 60 prozent sein ja sondern weil diese 200 prozent soll ja irgendwann mal wieder an den markt und es gibt nach wie vor keine lösung wie kommt man runter von diesen 200 prozent und deswegen sage ich ich finde das immer ganz erstaunlich vor dieser griechenland krise waren wir grüne wirklich immer sehr kritisch mit dem iwf und es gibt auch nach wie vor gründe kritisch mit dem iwf zu sein zum beispiel weil er sich verrechnet hat bei dem anpassungsprogramm aber trotzdem muss man feststellen dass in diesen vier jahren der iwf plötzlich zum good guy geworden ist weil der iwf die institution war die über entsprechende fachliche erfahrungen verfügte die eben weiß wie anpassungsprogramme gehen ja die auch schlimme anpassungsprogramme verordnet haben aber die zumindest daraus gelernt haben dass man strukturreformen nicht machen darf in der insgesamt rezessiven situation sondern dass man das begleiten muss durch ein entsprechendes investitionsprogramm und dass eben das schuldenthema gelöst ist so jetzt hat der schäuble darüber angefangen zu debattieren schuldenschnitt geht aus rechtlichen gründen nicht und deswegen machen wir das nicht das stimmt schuldenschnitt nicht aber alle ökonomen wissen dass man das gleiche ergebnis herstellen kann durch andere rechtliche möglichkeiten schuldenerleichterungen indem man eben zinsstundungen streckungen zinssenkungen macht so das steht nach wie vor aus wir haben also im deutschen bundestag darüber abgestimmt dass wir diese reformen prima finden es gibt aber kein investitionsprogramm das was da gesagt worden ist das war kein neues geld es gibt kein neues geld für griechenland sondern die eu hat das alte geld nochmal umadressiert so und wir haben die schuldenproblematik nach wie vor nicht gelöst weil es zwischen der bundeskanzlerin und dem finanzminister einen streit darüber gab sozusagen welches wort jetzt gilt deswegen gab es keine lösung für das schuldenprogramm und habe ich gesagt im jahr 5 der krise und nach der aufgeheizten deutschen und internationalen debatte dass der deutsche bundestag über ein drittes hilfspaket abstimmt das immer noch nicht wirklich eine lösung für griechenland bietet dem kann ich nicht zustimmen sondern ich weiß es wird die nächste debatte geben es wird eine breite enttäuschung wiederum auch in der deutschen bevölkerung geben die das nicht versteht man hat doch noch mal wieder geld gegeben und immer noch nicht ist das problem gelöst was soll das das finde ich kann ich nicht vertreten ich will abstimmen über ein programm das funktioniert so und da war ich nicht alleine wir waren noch mehr und deswegen glaube ich kann ich das gut vertreten ich möchte eine lösung für griechenland Herr Mayer Sie haben gerade anfangs davon gesprochen dass es den Output Gap gibt aktuell das heißt sozusagen eigentlich nur was da steht schon an Industrie wenn alles ausgelastet ist irgendwie könnte man allein die Produktion um 10% steigern wenn ich es richtig verstanden habe wenn Sie nach Griechenland gucken auch vielleicht gerade mit dem speziellen Blick aus Großbritannien in dem Nicht-Euro-Land was würden Sie sagen wo sind mögliche Wachstumssektoren also und wie viel Geld müsste man wo investieren ich denke mal wo die genauen Möglichkeiten der griechischen Wirtschaft sind da kann uns glaube ich George bessere Auskunft geben aber zum Beispiel im Tourismussektor was ja volkswirtschaftlich wirkt wie ein Service-Export da ist mit Sicherheit noch Möglichkeiten und wie gesagt diese generelle volkswirtschaftliche Kennziffer von minus 10% negativer Output Gap zeigt ja das im Prinzip durch die gesamte Volkswirtschaft hinweg es Möglichkeiten gibt und die sollten ausgenutzt werden ich möchte noch zwei Punkte ergänzen wir haben vergessen dass zum Beispiel Anfang des Jahres die Europäische Zentralbank mit ihrem QE-Programm angefangen hat das ist der Grund warum wir jetzt langsam weggekommen sind von einer Deflation in der gesamten Eurozone die Deflation führt dazu dass die reale Last der Zinsen immer stärker wird also allein deswegen sollte man schon versuchen in Griechenland dass sich hier eine Deflation befindet wieder rauszukommen aber wir waren haarscharf dran in der kompletten Eurozone in eine Deflation zu raten und da hat sich kein Mensch für interessiert sondern im Gegenteil selbst bei 0,2% Inflationsrate bei einem Inflationsziel von 2% habe ich gehört aber ansonsten wenn wir doch jetzt hier was machen dann kommt doch die Hyperinflation das ist völliger Käse man muss auf beiden Augen sehen und nicht nur auf einem Auge blind sein und das ist eine völlig verfilte Politik und die EZB hat hier ein bisschen Abhilfe geschaffen Kontinuitive Easing ist nicht perfekt und kein Mensch weiß genau wo letztendlich das Geld rauskommt aber es scheint einen Einfluss auf die Zinsrate gehabt zu haben aus der britischen Perspektive zum Beispiel ohne jetzt schwarz-weiß zeichnen zu wollen aber der Fall zum Beispiel von Irland der immer wieder als gutes Beispiel ist überhaupt nicht vergleichbar mit Griechenland überhaupt nicht vergleichbar in Irland hat man eine private Schuldenblase vor allem durch den Häusermarkt geplatzt ist in Irland hat man Gesamtschuldenstand vor der Krise von 25% Bruttoinlandsprodukt sondern hat man ein Defizit in einem Jahr von 33% das ist elfmal die Maastricht Kriterien und das ist nicht da weil auf einmal die irische Regierung das Geld aus dem Fenster geworfen hat sondern weil die faulen Anleihen die auf der Bücher der Banken noch lagen sozialisiert wurden jetzt muss man sich vorstellen wie groß waren denn die Bilanzen der Banken die Bilanzen der Banken waren ungefähr siebenmal so groß wie das gesamte Bruttoinlandsprodukt von Irland das waren fast isländische Verhältnisse und Irland ist jetzt auch man wird jetzt mal gesagt okay das war ein Beispiel wo es funktioniert hat das Wachstum in Irland ist schlecht das Bruttoinlandsprodukt ist weiterhin wenn man es auf den vorherigen sich anguckt schlecht es hat eine massive Immigration gegeben also viel Produktivkapital ist weggegangen wenn die jungen Leute in die USA nach Australien gegangen sind also wenn das ein Erfolgsprogramm war dann will ich wirklich kein massives private verschulden weiterhin also wenn das ein Erfolg war dann will ich wirklich keine Katastrophe jetzt bringen Sie uns hier gerade geschickt noch die aktuelle Lage in Irland bei aber ich wollte ein bisschen bei Griechenland doch bleiben es ging ja um den Vergleich es geht ja wie gesagt darum dass immer gesagt wird warum sind die Griechen die Einzigen die es nicht schaffen die Frage ist die anderen haben es auch nicht geschafft in dem Sinne dass es völlig unterschiedliche Situationen waren ja und es ist einfach nicht vergleichbar ich glaube nur Frau Paus hatte drei Ideen mindestens wie wir Wachstum in Griechenland hinkriegen oder sie wollten gerade darauf eingehen als ich das Thema ansprach wo sind mögliche Wachstumssektoren in Griechenland oder okay gerne auch nochmal die griechische Perspektive das stimmt wir haben ja Sie hatten recht da lassen wir doch besser einmal den Griechen reden wo kriegen wir Wachstum in Griechenland her Can I say a couple of things let me start from what you asked and then I'll go and say what I want to say Growth avenues Greece has a number of investment areas that are very important energy channels energy routes after the opening the widening of the Suez channel the traffic will be increasing Pyreos has already undertaken the role of a major port for Asian imports into Europe it was the fastest growing port internationally for the last two years for the previous two years there's enormous potential in that area energy traffic logistics tourism is an obvious area of growth this year despite two elections between June and September and capital controls in July we had the best year of tourism that we have had for the last decade or so this is indicative of the growth potential of the economy agro industry agro food industry in general the sort of the new growth model of Greece has to specialize in areas and there is massive transfer of resources towards that direction that are tradable that to move away from non-traded activities and sectors towards sectors and activities that can be traded internationally and that is the only way that we can become more independent from the model of the past that was over-dependent on external borrowing so we need a more balanced external position there's no doubt about that but there's also no doubt that the fact that the eurozone has or rather the burden of adjustment is not symmetrically distributed and we have very large surpluses in certain core economies in the eurozone this is not Germany comes to mind this is not helping the adjustment effort in the periphery especially if the economies in the periphery have to adjust with levels of inflation that are close to 0-1% this means that they can only adjust their competitiveness through deflation and adjusting through deflation is a very painful process now Henning mentioned the negative output gap why are we there? Greece has an employment rate of 55% the target in the Lisbon agenda was 75% employment rate of 55% is the result of an unemployment rate at 26-26 where about 80% are long term unemployed which by the way receive no cannot be supported by safety net because for long term unemployment there is no unemployment benefit provided after a while as a result of that we have about 400,000 families without a breadwinner and the poverty rates that we have seen but it's not only a source of problem it is a problem of human capital and productive capital with such level of employment rate the economy cannot grow can only develop and sort of continue to stagnate well below its potential and the second reason is the massive disinvestment the massive disinvestment which was the result of the fiscal consolidation program of the expenditure cuts and of course the extensive deleveraging in the private sector so what Greece needs and not just Greece but the Eurozone is to benefit from a massive impetus in investment in order to cover this investment gap that was mentioned this is a once in a lifetime opportunity to benefit from a close to zero interest rate environment and finance an investment program that can carry the Eurozone and its periphery to the next decade and create the productive capacity and recover the productive capacity that's been lost over the last decade or six or seven years of adjustment program and it would be a unique opportunity for the QE program the quantitative easing program of the ECB to be able to fund bonds of the European Investment Bank to include them in quantitating in the asset buying program in order to finance this massive investment program what we have today is the Juncker plan which is a commentable project but it's very highly leveraged in the area of 25 and I would say that it's over optimistic given the needs and the facts on the ground especially following the result the crisis in emerging markets that makes the conditions of capital provision in the global economy much more difficult than they were last year so we need a massive impetus let me a final point on the issue of debt that you raised yes the debt is not a problem this year and next year it becomes a huge problem after 2022 when we climb an interest mountain of 5.5% of GDP no economy can produce the primary surpluses that can allow it to sustain public debt with interest payments in the area of 5 or 5.5% of GDP endlessly okay so we need for that the debt relief that has been on the cards this is not an innovative proposal it has been suggested by the IMF it's been suggested by many sources and it could render the debt sustainable not in the sense that it would cure a problem and would allow Greece to march into growth but it would allow the Greek economy to be able to convince investors that they are coming into a country that will not be overtaxing them for the next decades because it would have to service a huge debt and this can happen without any haircut this can happen through reductions in the net present value of the debt through maturity extensions a more extended grace period and lower interest rate on the first loan on the GLF the Greek loan facility if this happens then we will be able to have a debt that will be able to be repaid because the Greek people do not want to end up in a position of accumulating a toxic political climate with our partners this was not the intention of any government what we wanted is a public debt that can allow the Greek economy to grow and the only way that our creditors will be able to be paid back is if the Greek economy is able to march to sustainable growth Es ist nicht so einfach. Von den geografischen sonstigen Bedingungen ist eben das wirtschaftliche Potenzial erstmal so klassisch jetzt nicht so irre gut. Und es war durchgängig so, dass seit den 80er Jahren Griechenland sich nicht so super entwickelt hat. Griechenland hat dann eine eigene Blase produziert, haben andere Länder auch, haben wir darüber gesprochen. Spanien hatte diese anders aus, die Blase und so weiter. Trotzdem, und dass es da Anpassungen geben muss, ist auch völlig klar. Die Frage ist aber, in welcher Art und Weise, wie drastisch und es ist eben auch kein Zufall gewesen, dass sich das jetzt gerade entladen hat im Jahr 2009, 2010 nach der Weltwirtschafts- und Finanzkrise. Das ist eben kein Zufall. Und es hat auch schon was damit zu tun, obwohl Deutschland jetzt nicht alleiniger Verursacher war, aber die Lohnpolitik in Deutschland infolge der 2000er-Harz-Reformen haben nicht nur Griechenland, sondern die ganzen europäischen Eurozonen-Länder natürlich auch unter Druck gesetzt. Das gehört zur ganzen Geschichte schon noch dazu. Ich habe mich jetzt nochmal gemeldet wegen der, was kann man machen in Griechenland. Aus grüner Sicht ist es jetzt mal einfach so geografisch schon interessant, über das Thema Green New Deal und Energiewende zu sprechen in Griechenland. So, das ist völlig klar, wissen wir alle, die wir schon mal in Urlaub da waren, da gibt es viel Sonne und da gibt es auch guten Wind. Von daher ist das Thema Erneuerbaren und Griechenland liegt einfach sehr auf der Hand. Das hören wir aber auch schon wirklich seit Jahren. Genau, deswegen hatte ich nochmal gehofft, dass das vielleicht jetzt von der griechischen Seite jetzt hier nochmal angesprochen wird und da hätte ich tatsächlich nochmal eine Rückfrage, weil wir zumindest inzwischen gelernt haben, faktisch ist es aber so, dass es zwar jetzt ein bisschen Erneuerbare gibt in Griechenland, aber der Hauptanteil ist Braunkohle auf dem Festland und Öl auf den Inseln. Das hat historische Gründe, aber das muss ja eigentlich nicht so bleiben. Jetzt ist in dem Reformprogramm jetzt auch beschlossen, dass der staatliche Energiekonzern, der schon ein bisschen private Anteile hat, dass der jetzt sozusagen privatisiert werden soll und es ist auch verabredet, dass es jetzt im Bereich Energieeffizienz da irgendwas gemacht werden soll. Das klingt ja erstmal gut, das haben wir Grüne auch miteinander diskutiert. Meine Sorge ist nur, dass ich momentan eben tatsächlich nicht die Akteure sehe in Griechenland, die das befördern, auch in den letzten Jahren hat es die nicht gegeben, sondern dass das jetzt sehr stark in die Auseinandersetzung kommt des Privatisierungsfonds. Sie wissen, 50 Milliarden Euro sollen ja zustande kommen durch Privatisierung von staatlichem Eigentum in Griechenland, unter anderem durch die Privatisierung des Energiekonzerns. Und da gibt es halt immer einen gewissen Trade-off zwischen dem, möglichst viel Geld bei der Privatisierung zu bekommen. Wenn ich möglichst viel Geld bekommen möchte für meine Braunkohlekraftwerke und Ölkraftwerke, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass diese Braunkohle- und Ölekraftwerke noch lange am Netz bleiben dürfen, um entsprechend die Rendite einzuspielen. Wenn ich das aber nicht gut finde, weil ich finde, eigentlich sollten die besser früher als später vom Netz, die Braunkohle- und Ölkraftwerke, dann sind sie eigentlich nichts wert, dann kann ich sie auch nicht wirklich gut privatisieren. Da gibt es also einen gewissen Konflikt. Und ich sehe aber vor allen Dingen auch momentan, weil es diese mittelständische und sonst wie Wirtschaft in der Form in Griechenland nicht gibt, nicht diejenigen, die überhaupt positiv diesen Weg unterstützen, sondern momentan ist natürlich in der klassischen Privatisierungssituation dann auch einfach die klassische Auseinandersetzung, Gewerkschaften stemmen sich natürlich aus guten Gründen massiv dagegen und sind eben auch in Deutschland ja nicht bekannt, dass sie da unbedingt in dem Bereich was unterstützen. Aber gerade das wäre eine wichtige Grundlage für eine zukünftige Perspektive von Griechenland. Das ist noch ein positives Beispiel. Ich war letztens in Griechenland, habe neu gelernt, dass tatsächlich von Italienern auch anerkannt, dass griechische Olivenöl besser sei als das italienische. Vielleicht wissen das ja alle schon, ich habe das neu gelernt. Ich habe neu gelernt, dass tatsächlich die Griechen sich tausend Liter Olivenöl nach Italien liefern, die Italiener da die Weiterproduktion machen, also sozusagen die nächste Wertschöpfungskette. Das holen, einmal durchfiltern, damit es klar ist, in schicke Flaschen füllen, es als italienisches Olivenöl dann sozusagen anbieten und zum offenbar deutlich höheren Preis dann vertreiben. Also gerade in diesem Bereich nachhaltiger Tourismus und eben auch tatsächlich sozusagen naturnahe Lebensmittel, in dem ganzen Bereich scheint es ein echtes Potenzial zu geben, was so eine Erweiterung der Wertschöpfungskette angeht. Das hätte ich in dem Maße mir vorher auch nicht gedacht. Vor allem denke ich zuerst, oh Gott, doch zurück in die Landwirtschaft. Ob das die Zukunftsvision ist, mal schauen. Herr Mayer, Sie wollten noch kurz was sagen. Ja, also ich glaube, hier müssen wir zwei Punkte noch erwähnen. Zum einen zu den Disziplinierungsfunktionen der Finanzmärkte. Genau das ist ja eben nicht passiert. Weil ansonsten hätten wir ja einen graduellen Anstieg der Zinsen für Griechenland sehen müssen. Aber wie Frau Paus ja gesagt hat, wir hatten einen Auslöser. Die Finanzkrise, wo die Zinsen auf einmal in die Höhe geschnellt sind. Das heißt mit anderen Worten, wir hatten nachweislich ein strukturell falsch eingeschätztes Risiko auf Anleihen in der Peripherie. Das wäre der Fall, wenn Sie eine eigene Währung hätten. Dann wäre das so eingetreten. Aber nicht in einer Währungsunion. Der grundsätzliche Fehler war doch eben in der Währungsunion zu glauben, dass Griechenland dieselbe Risikopremium hat wie Deutschland. Das war doch gerade der strukturelle Fehler darin. Ansonsten hätten wir doch bei einer realistischen Einschätzung des tatsächlichen Risikos einen graduellen Anstieg der Zinsen sehen müssen und nicht einfach, wo es von heute auf morgen nach oben geht. Also das war ein Auslöser. Das war strukturell falsch eingeschätztes Risiko, reales Risiko. Und das ist nicht unüblich bei Finanzmärkten. Es ist nur falsch zu glauben, dass die Finanzmärkte eben immer diese Disziplinierungsfunktionen ausüben können. Zum zweiten Punkt. Die Märkte werden das Wachstum regeln. Also wo kommt denn Wachstum her? Es kann ja eigentlich nur aus drei Quellen kommen. Privater Konsum und Investitionen, öffentlicher Konsum und Investitionen und Nettoexporte. Wir haben jetzt gerade von George gehört, wie der private Konsum und die Investitionen in ein sehr, sehr schlechtes Umfeld gebracht werden. Durch Risiko, durch Anreize nicht zu investieren, weil es eben nicht klar ist, ob Griechenland irgendwie noch noch aus dem Euro kommt, weil gespart werden muss, eventuell in Zukunft Steuern kommen und so weiter. Das war dann, hat George gerade beschrieben, dass wir einen De-Leveraging-Prozess im Privatsektor haben. Das heißt, da kommen keine Investitionen her. Sagen wir kurz, was das ist. Also Schuldenabbau im Privatsektor. Das heißt, da wird ohne Kreditlinien keine Investition finanziert. Folglich, wenn wir darüber reden, dass wir Nettoexporte ansteigen lassen wollen. Sie brauchen nichts Neues und dann bauen die ihre Schulden ab. Ja, ja, also das ist auch nichts Neues. Aber wenn wir Nettoexporte ansteigen lassen wollen, dann brauchen wir tradable goods, also handelbare Güter. Wenn die eben nicht aus Investitionen aus dem Privatsektor kommen, dann gibt es sie nicht. Also dann haben wir eben auch keinen Anreiz oder Impuls, die Nettoexperte ansteigen zu lassen. Und dann bleibt nur noch öffentlicher Konsum und Investitionen, um eben diesen Impuls zu setzen, um die privaten Investitionen nach sich zu ziehen. Ansonsten haben wir gar keinen Wachstumsimpuls mehr, auf den wir hoffen können. Wo soll er denn herkommen? Gut, ich möchte jetzt einmal noch, bevor wir die Runde öffnen, also bitte überlegen Sie sich schon mal die besten Fragen, möchte ich noch mal kurz auf die Rolle Deutschlands in diesem Jahr eingehen und Herr Pagulatus einmal Ihre vielleicht auch gerne ganz persönliche Einschätzung hören. Wie haben Sie die deutsche Verhandlungsstrategie, falls es sie denn gab, wahrgenommen im vergangenen Jahr, gerade während dieses Hilfspaket verhandelt wurde? Sie stöhnen erst mal. Sorry? Ja. Sie stöhnen erst mal. In Bottas, in der sich ja auch schon weiter. In der Lage,, in Dienung, in Hürbur der Bustur, in der Lage, 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 wie es, in der Lage, in der Lage, in der Lage, in der Lage, für die Prüfung, sehr bollte peuvent, die, und wie ich, heute, was in der Lage, Wir können sogar über die Notion der Solidarität auf eine Notion der kollektiven Vorteile. Der kollektiven Vorteil der Deutschland, als jeder Mitglied der Eurozone, und besonders die Deutschland als eine Leidung der Eurozone, ist eine Eurozone, die in der langen Zeit ist. Das Schlimmste, was möglich ist, ist, dass die Eurozone aufbrennt, indem man einen Prezidenz der weakesten Link nach einem Moment abläuft. That said, I think that the most critical error that was committed this year was to place Grexit on the table as an official agenda item. It is something that comes on the face of five years of adjustment effort, three adjustment programs. The first one was voted by one party, the second by three, the third by five parties. Everyone had a larger majority in parliament. In a country that has supported the Euro participation with percentage of about 80%, which is undergoing an extremely painful recession of a Great Depression, in fact, up to the level of 25-26% of loss of GDP in order to be able to defend the participation in the Euro and is suffering an unemployment rate which we haven't seen since the 30s. Now, to return with the Grexit and put this as a question after this adjustment path, which clearly had mistakes and defects and, you know, a lot of irresponsible acts by Greek governments, but to come and to place this question, it seems to me, is a rather foolish thing to do. And it is true that it operated as a political catalyst, it kind of focused attention, and I would not deny the fact that it exercised an extremely forceful pressure upon the government to accept the program that was, in fact, voted. But, nonetheless, it is a precedent which I believe will weigh very heavily upon the Eurozone. Any crisis that would come in the future to any country, a political crisis and an election in Catalonia, a public debt sort of increase or credit rating downgrade in any other peripheral country or whatever, will be judged against this precedent of an exit from the Euro. And this is how you turn a currency union, which has the ambition of growing up to become a more proper economic union, this is how you turn it into a fixed exchange rate area. And by doing so, you condemn the peripheral economies to an eternally vicious circle of higher borrowing costs because they have to factor in the depreciation, the currency depreciation risk, and an endless wage deflation that will cancel any adjustment effort. So I believe this was a huge mistake, and the faster the Eurozone moves ahead in supporting the recovery of the Greek economy, upon the basis of the third bailout that was voted, as I said, with a huge majority in Parliament, the faster we do that, the better will be both for Greece and for the Eurozone. Herr Mayer, war diese Drohung von Herrn Schäuble, den Grexit auf Zeit zu erwägen, wie schätzen Sie das ein? War das aus Ihrer Sicht einfach nur in Ordnung, weil es damit endlich sozusagen dazu führte, dass die Verhandlungen weitergingen und es ein Deal gab? Ja, es war völlig nicht in Ordnung. Also ein Grexit auf Zeit in dem Sinne gibt es ja gar nicht. Dann hätte er gleich sagen können, ein Grexit auf unbestimmte Zeit. Aber damit hat er im Prinzip das Fundament der Währungsunion infrage gestellt. Die Währungsunion, Währung basiert immer auf Vertrauen und eine Währungsunion basiert auf dem Vertrauen darauf, dass die Währungsunion als solches Bestand hat. Und wenn man damit mit einem Grexit, also dem Aufbrechen der Währungsunion droht oder das sozusagen als Ziel ausgibt, damit hat man letztendlich die Struktur der Währungsunion aufgegeben. Und dann passiert genau das, was George gerade beschrieben hat, dass egal was passiert, Wahlen in Katalonien, die spalten sich ab. Die Konsistenz, die Existenz der Währungsunion wird generell infrage gestellt. Ich glaube, dass die deutsche Regierung, vor allem das Finanzministerium von Schäuble, hier auf drei Ebenen extreme Kosten verursacht hat. Zum einen darf man nicht vergessen, dass auf diesen Paketen jetzt bei einem Dritten immer mehr deutsche Steuergelder da jetzt auch mit drin hängen. Klar kommt auf der anderen Seite wieder was rein, aber wir leihen immer mehr deutsche Steuergelder in ein System, das eigentlich nicht funktionieren kann. Also es wird tatsächlich reale Kosten eventuell hervorrufen. Zum Zweiten haben wir Kosten in Griechenland weiter verursacht, weil wir weiterhin auf eine Konditionalität bestehen, die bei Episode 1, Episode 2 nicht funktioniert hat. Und weil es nicht funktioniert hat, versuchen wir es bei Episode 3 gerade wieder. Also Kosten in Griechenland auch. Und zum Dritten, das sind die politischen Kosten, die entstanden sind in Europa, dass tatsächlich ein Land so an der Nase durch die Manege geführt wurde. Das muss man ja sagen. Wie letztendlich dann Zypras in dieser Nacht- und Nebelaktion, die Sie ja anscheinend begleitet haben in Brüssel, letztendlich zur Aufgabe gezwungen wurde. Das ist in der europäischen Politik so auch noch nicht vorgekommen und hat jede Menge politisches Kapital für Deutschland in der Europäischen Union zertrümmert. Also ich glaube, die deutsche Politik, insbesondere jetzt am Anfang des Sommers, hat diese drei großen Kosten verursacht. So, das Publikum reagiert. Dann nutze ich gleich die Chance und fordere zu Fragen auf. Und ich würde Sie einmal bitten, sich kurz vorzustellen. Und was auch toll wäre, einmal ganz konkret zu sagen, an wen Sie die Frage richten. Schön kurz halten. Ja, gerne. Christoph Mayer ist mein Name. Ich habe auch gleich dazu eine Frage, was Sie gerade gesagt haben. Wer ist jetzt Sie? An Herrn Mayer. Okay. Und zwar, wenn Sie sagen, diese drei Fehler aus dem Finanzministerium, eins davon, wir machen jetzt wieder ein Hilfspaket, was schon zweimal nicht funktioniert hat. Was glauben Sie, und Sie haben vorhin auch am Anfang gesagt, diese Austerität wird aus politischen Gründen gefahren. Was sind diese Gründe? Warum macht man es ein drittes Mal falsch? Was ist Ihre Meinung dazu? Das war eine interessante Frage, die ich auch im Rahmen von der Talkshow im Europaparlamenten diskutiert habe. Letztendlich weiß es keiner genau, aber die politischen Gründe sind zum einen, man müsste zugeben, dass man anfangs einen Fehler gemacht hat. Wenn man diesen politischen Fehler zugibt, muss man auch sagen, dass man auch im Paket 1 und 2 deutsche Steuergelder für eine falsche Strategie letztendlich bereitgestellt hat. Man müsste auch zugeben, dass letztendlich die Anpassungspolitik, die man von allen Ländern ja gefordert hat, gescheitert ist. Das heißt, mit anderen Worten, es ist nicht nur ein Nachgeben beziehungsweise ein Offenbarung im Fall von Griechenland, sondern man muss sagen, okay, die Spanier und die Iren werden dann auch nicht ganz begeistert sein, weil sie sind ein ähnliches Programm, obwohl die Anatomie, wie gesagt, eine andere war, aber haben machen müssen, weil es eben nicht funktioniert hat. Aber die haben es dann auch machen müssen. Sagen sie, warum mussten wir es machen und hier wird jetzt zugegeben, dass es irgendwie nicht funktioniert hat. Und ein dritter politischer Punkt war ganz einfach, dass auch zum Beispiel Syriza als neue Regierung letztendlich keinerlei Spielraum gegeben werden wollte, so nach dem Motto, ja, okay, hier gibt es eine Revolte und hier gibt es was, aber wir haben ja, und da geht es ja letztendlich darum, was ist denn eine Währungsunion? Für Schäuble ist eine Währungsunion doch ein vertragliches Konstrukt. Wir haben hier vertragliche Regelungen und die müssen, egal was passiert, eingehalten werden, ob da jemand was anderes gewählt hat oder nicht. Das ist die Grundlage. Wenn das nicht funktioniert, bricht alles zusammen. Eine Währungsunion ist aber eine dynamische Volkswirtschaft, die einander gekettet ist und das passt halt nicht gut zusammen. Das aufzugeben, hätte letztendlich auch wieder sozusagen politisches Nachgeben zu neuen Reformkräften gegeben und das hätte letztendlich auch sozusagen Pandoras Büchse öffnen können im Sinne von Finanzministerium. Also das sind drei politische Gründe, die ich mir vorstellen könnte, die dazu geführt haben, letztendlich die Position nicht zu ändern. Frau Paus möchte noch kurz ergänzen. Wenn ich nicht gefragt worden bin, aber ich habe da tatsächlich eine etwas andere Meinung. Ich finde die Politik falsch. Ich finde sie auch schlecht für Europa. Ich muss aber momentan konstatieren, dass sie vielleicht doch funktional sein kann. Weil ich hatte schon den Eindruck, also Schäuble hat sich quasi ab Februar entschieden, dass er es mit dieser griechischen Region nicht machen will und dass er befürchtet, dass insgesamt sich Europa in eine Richtung entwickelt, das nicht mehr sein Europa ist. Und dann hat er eben an Griechenland ein Exempel statuiert, um eben Podemos und andere Bewegungen auch entsprechend zu disziplinieren. Aber der Punkt ist, er kann es eben auch mit Griechenland. Und das ist eben der Kern meiner These, dass ich eben jetzt davon spreche, Griechenland ist eine Schuldenkolonie und das womöglich auf absehbare Zeit. Weil, wie ich ja schon gesagt habe, natürlich kann man das in Griechenland jetzt weiter so handhaben, dass Griechenland immer noch irgendwie zahlungsfähig ist. Man kann, solange man den Schuldenschnitt nicht macht, beziehungsweise die Schuldenerleichterungen, kann man es genau so konzipieren, dass Griechenland eben weiterhin ein Schuldenproblem hat, aber an dem Schuldenproblem nicht scheitert, also nicht insolvent sein muss. Gleichzeitig ist es so, das wurde bisher noch nicht erwähnt, dass in dem Programm, was jetzt verabschiedet worden ist, ja nach wie vor drinsteht, dass das Griechenland und griechische Parlament zwar allen Maßnahmen mit zustimmen muss, dass da Gesetze beschlossen werden müssen und so weiter, aber dass dem griechischen Parlament nur Gesetze vorgelegt werden, die den Zielen des Anpassungsprogramms entsprechen. Und da gibt es eben auch keine echte zeitliche Befristung. So, das heißt, ich habe de facto momentan zumindest für die nächsten drei Jahre einen pseudodemokratischen Staat, der auch nicht wirklich lebensfähig ist und von daher abhängig ist und das ist natürlich etwas, was, wenn die anderen europäischen Länder mitmachen, der deutsche Finanzminister tatsächlich auch länger so durchführen kann. Das ist erstmal etwas, was momentan stabil ist, genauso stabil wie die griechische Regierung. Ich würde gerne kurz, weil ich die Frage auch wirklich spannend finde, sie auch gleich weitergeben an Herrn Pagulatis und Herrn Hilfschow und um eine kurze Einschätzung auch bitten. Warum, wenn man doch gesehen hat, zwei Hilfspakete wirken nicht, warum jetzt noch ein drittes, warum weiterhin dieser Austeritätskurs? Vielen Dank. Look, we can spend the rest of our lives talking about the errors of the two previous packages and the third one. In fact, we have spent five or six years in Greece doing exactly this thing while the economy was sinking. I would say, and this is more of a political sort of a statement rather than one of an academic, I would say that if you want to support Greece, the only option we have on the table is this package. So we have, we need the support for this package. This is the only game in town. I have my personal criticism about this package. It is an austerity package, though the austerity path is milder than the previous ones. It ends up in a 3.5% primary surplus in 2018, which is extremely ambitious. The transition from 17 to 18, sorry? But what was the intention for that package and even the third one? Well, the intention was to buy time to allow the Greek economy to re-stabilize its books in order to be able to be in a position to service its debt. There is a lot of criticism that is raised against the extend and pretend, and I can join the chorus on that. But extend and pretend has a certain benefit that it gives an economy some time to move ahead with reforms without being faced with the pressure of the debt markets, having its debt servicing cost at the low level, as we do today, in fact, put our act, get our home in order before being able to address the problem of debt. So let's keep an eye on this rather sort of underestimated benefit of keeping the Greek economy outside the debt markets while it is trying to reform. Now, I understand that I'm sounding shockingly supportive of the program in your ears, but I need to say that we can keep on looking for a better program and a better program. This is not going to come. There are specific balances on the table, and what we have is the result of these balances. What is extremely important is that this program, as this government has also said, and I'm wearing a tie in order not to look like a government official today, but as it has been said, and quite rightfully so, this is an austerity program that has certain significant growth aspects. And for these growth aspects to be triggered, to be activated, they have to be surrounded by a supportive environment of expectations. If we keep on considering this program as doomed, the expectations will become self-fulfilling. The Greek economy was on a pace of cyclical recovery this year, and we would have grown, not because it was the projection, but the data that has appeared, we would have grown with close to 3% growth. This did not happen because of the instability that we've had over the last several months of negotiations, and the capital controls, the capital controls themselves have crippled the economy. Instead of growing with 3%, we are shrinking with close to 2%. 5% difference in terms of output means roughly many tens of thousands of unemployed will be added to the total bill. The growth aspects that can be triggered in this program are the fact that we can put Grexit outside the agenda, the fact that this will become a precondition for a debt relief that will render the Greek economy viable, the possibility to access quantitative easing of the ECB, the conclusion of the recapitalization program, the phasing out of capital controls, and the Juncker package of 35 billion that will allow investment to the Greek economy. This mix will allow a path to recovery combined with several important structural reforms that are broadly accepted and acknowledged as growth conducive for the Greek economy. Ich will gar nicht eigentlich den Verfechter dieses dritten Pakets jetzt abwürgen, aber trotzdem würde mich vor allem auch nochmal Herrn Hischofs Thesen interessieren. Ganz kurz bitte, ganz kurz. Warum? Das dritte Paket kam als Alternative zum Grexit, das will man aus politischen Gründen nicht, und als Alternative zu einer offenen Transferunion, das will man aus politischen Gründen ebenfalls nicht, und zwar nicht nur in Deutschland nicht, sondern in ein paar mehr Ländern des Nordens. Das war der Grund. Ich stimme mit George teilweise überein, aber nicht ganz. Es ist richtig, dass viele Indikatoren Anfang des Jahres in die richtige Richtung zeigten. Dann kam aber die Regierung Syriza und hat das alles zurückgeworfen und kaputt gemacht. Es ist ja nicht die Politik der Partner und der Druck auf die griechische Wirtschaft, sondern das ist innenpolitisch zu verantworten. und jetzt bin ich positiv. Dieses Paket ist da. Daran hängen ganz harte Bedingungen und Forderungen. Wenn diese erfüllt wird, sehe ich eine Chance, dass Griechenland auch allmählich aus dieser Misere herauskommt. Aber es ist wichtig, dass es auf Kurs gehalten wird. wenn sich die Vorstellung durchsetzt, wir müssen uns wieder gegen den Druck der Institutionen oder wie man sie da auch immer nennen will, aufbäumen, würde das ins Nichts führen. Gut, Dankeschön. So, wer hat eine weitere Meldung? Jetzt ist das Mikro schon dort hinten. Ich bitte darum, dass es dann nach vorne kommt. Einmal kurz vorstellen. Rainer Schiller-Dickhut, ich arbeite in der Initiative Respekt für Griechenland mit. Wir haben gehört, dass wir momentan eine resignative Tendenz haben in Griechenland. Das war ja im Januar anders, als die beiden sich abwechselnden Regierungsparteien PASOK und Neodemokratie abgewählt wurden. Wie sieht das jetzt aus? Gibt es noch Kräfte, die Optimismus haben, die Ideen haben? Wie kann es dort weitergehen? Zweite Frage, die sich daran anschließt, es gibt ja aufgrund der humanitären Krise etliche Selbsthilfeansätze. Können die genutzt werden für einen Weg aus dieser Krise? Und an Herrn Pagalotos speziell, wir haben gehört, der Agrarsektor ist wichtig. Was gibt es dort konkret für Reformansätze? Also das Beispiel Olivenöl wurde genannt. Was können die Akteure sein, um da einen Pfad aus der Krise herauszuentwickeln? Können Sie noch in einem Satz kurz sagen, wer verbirgt sich hinter dieser Initiative? Das ist eine Initiative, die in Berlin im März, April gegründet wurde, aus verschiedensten politischen Kräften. Wir machen beispielsweise am 16.10. in der Orania eine Veranstaltung, unter anderem mit Sven Giegold. Wir haben eine Veranstaltung gemacht über Rüstungsexporte vor zwei Monaten etwa. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir machen Unterstützung gegen die humanitäre Krise, durch Spendensammlung und so weiter. Okay, danke. So, Herr Pagulathos, ich glaube, die Frage ging an Sie. Which are the supportive forces in Greece? As I said, if we're talking about the economic program, we live in a representative democracy, 265 MPs belong to parties that support this program, though they criticize several aspects of it. And they support this program because they believe that it is the only path, the only solution that we have on the table. There's no other available option that would lead Greece to recover. And as I said, this is a viable and realistic prospect. It is not certain, but I was among the optimists a couple of months ago saying that there will be, the program will be signed, it will be surrounded by political stability, the political risk will exit the picture and gradually the partners of the markets or the investors and all those who can make a difference in terms of whether this turns positively or negatively will start seeing the opportunities rather than the risks. And to a very significant extent, this is happening already. The fact that the most important debilitating factor in the Greek economy over the last few years has been political risk and political risk was being translated into country risk and currency denomination risk, this political risk does not exist anymore. The only party that was supportive of Greece's exiting the Euro did not, the Splinter Party of Syriza did not even manage to make it inside the parliament. They got below 3%. The two other parties that are in parliament, the Communist Party and the Golden Dawn Party have under the growing understanding there's a huge majority in Greek society in support of the Euro. In the election they shifted their position saying that we do not advocate exit from the Euro. So we have an environment that embraces the effort to implement the program and in that sense this is the most broadly supported adjustment program which I understand that it might come to you as a paradox after the austerity that we've gone through and some might even call it the Stockholm Syndrome but it seems to me that it is the desperate effort of a society and its political representatives to follow the only viable way that is on the table in order to consolidate the opposition in the Euro under the certainty that any alternative would be far worse. And we see realistic opportunities we see opportunities for increasing jobs and tapping into a much more favorable economic environment than the one that we've had over the last five years. Okay, thank you. Ich habe hier zwei Fragen vorne in der ersten Reihe. Einmal der Herr und dann Frau Schwan gerne. Ja, mein Name ist Frank Wende. Ich komme aus Berlin-Spannau und mich würde mal interessieren zwischen den Hilfspaketen, da war ja mal die Forderung, das war glaube ich auch von dem sehr geehrten Herrn Schäuble, dass Griechenland für fünf Jahre aus der Eurozone ausscheren sollte, um sich wirtschaftlich zu erholen. Also sollte nur die eigene griechische Währung für fünf Jahre behalten. Was halten Sie denn davon? Wäre es denn auch zu dieser wirtschaftlichen Katastrophe, Deflation in Griechenland gekommen oder hätte sich die griechische Wirtschaft tatsächlich durch die fünf Jahre etwas erholt? Ich würde sagen, den Grexit auf Zeit, darunter läuft das Thema. Ja, haben wir ja schon eigentlich ausführlich diskutiert, aber vielleicht Herr Hischof eine ganz kurze Antwort. Hätte das irgendwas für die griechische Wirtschaft gebracht? Naja, viele Ökonomen sagen, dass bestimmte Länder einfach nicht reingehören in die Eurozone und wahrscheinlich ist Griechenland eines dieser Länder. Es wäre von vorne herein besser gewesen, dass es dort seine eigene Währung behält. Dann wäre es nicht in dieser misslichen Lage jetzt. Ein Austritt würde wahrscheinlich langfristig helfen. Kurzfristig würden sich sehr große Belastungen ergeben. Die müsste man auch schultern oder mitbegleiten seitens der Partner. Also es ist keine Win-Win oder eindeutige Situation, dass man sagt, das würde helfen. Und außerdem für fünf Jahre Austritt, für fünf Jahre, das ist einfach gar nichts. Einmal raus, dann wahrscheinlich für sehr lange raus. Insofern, aber momentan ist die Stimmung diese, dass die Eurozone so bleibt, wie sie ist und dass es da keine Austritte gibt. Gut, danke. Achso, ja, bitte. Zu dem Punkt, ich glaube, das war der Punkt von Hans-Weiner Sinn, der gesagt hat, für fünf Jahre raus und dann gesagt hat, ich glaube, in der Talkshow, dann würden sie die Tomaten eben nicht aus Holland beziehen, sondern selber anbauen. Auf Basis dessen habe ich mir mal die Mühe gemacht, beim MIT in Boston nachzuschauen, was denn die Handelsgüter von Griechenland sind. Nummer eins Export ist Refined Petroleum. Nummer eins Import ist Unrefined Petroleum. Also ist die Raffinerie. Ist auch ein Geschäftsmodell. Ja, aber der Punkt ist, wenn die Währung abgewertet ist für 40 Prozent, der Input wird in Dollar gekauft und der Output wird in Dollar verkauft. Der Input wird dann entsprechend teurer. Also in dem besonderen Fall von Griechenland, sofern die MIT-Statistiken nicht falsch sind, würde selbst die Abwertung für den Handelssektor nichts bringen, weil die Inputs entsprechend teurer werden und nur der Teil der eigentlichen Refinerie, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent von dem Gesamtautput das ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein großer Teil davon ist, nur der wird billiger. Also in diesem Fall, wenn diese Struktur tatsächlich so stimmt, selbst in dem Fall wäre dieser Netto-Export-Boost, der ja durch die Abwertung erhofft wird, wäre in dem Fall selbst nicht möglich gewesen. Und zusätzlich zu natürlich dem realen Einkommensverlust, der in Griechenland und natürlich noch extremere soziale Verwürfnisse aufgeworfen hätte, die das jetzt schon der Fall ist. Also das ist von vornherein eine schlechte Idee gewesen. Gut, danke schön. So, die nächste Frage, bitte. Gesine Schwan, die Syriza-Regierung hatte von Anfang an gesagt, dass es zwei zentrale Probleme gibt. Einmal die Investitionen zu stärken, um über Wachstum rauszukommen und dazu gehöre ich eben die Schuldenlast so zu gestalten, dass Investoren kommen. Es ging ja nicht um eine richtiggehend kommunistische Politik. Es ging um eine kapitalistische Investitionspolitik. Diese beiden Probleme sind bisher nicht gelöst. Und im Gegenteil, ich glaube, Frau Paus hatte darauf hingewiesen, und das hat mich besonders erschreckt, dass in dem Programm steht, wenn die Ersparnisse nicht erbracht werden, wird weiter gespart. Das ist eine strukturelle Sache, die hat die Regierung auch nicht in der Hand, auch nicht eine Mehrheit im Parlament. Und damit wird etwas perpetuiert, was wirklich, wenn es so weiter ginge, überhaupt keine Chance würde. Ich teile übrigens Frau Paus und Herrn Mayers Vorstellung darüber, warum das nicht, das ist ja komplementär, warum das nicht geändert wird. Was könnte man denn tun? Ich glaube, es ist nicht gut, so zu tun, als würden in dem jetzigen Paket irgendwelche Chancen von sich aus für Wachstum sein. Selbst was Sie gesagt haben, Herr Bakulis, ist ja nicht, dass da Chancen drin sind. Es sind ja keine wirklich neuen Gelder. Sondern es ist nur, dass wenn zusätzliche Investitionen gegeben werden und wenn ein Restructuring, sind es ja wiedergekommen, geschieht, dann könnte was geschehen. Das ist aber bisher nicht konzidiert. Und ich glaube, wenn man es nicht geradezu als Sadismus auslegen will, was dieses Programm ist, sondern wenn man, das verstehe ich ja, irgendwie was draus machen will, dann muss es in unseren Breitengraden geschehen, dass klar gemacht wird, so wie das Programm jetzt ist, kann es nicht klappen. Es muss restrukturiert werden, weil immer wieder die Rede, dass die die nächsten drei Jahre nicht viel Zinsbedienung machen müssen. Das ist doch Quatsch. Es ist klar, dass wenn da die Perspektive ist, in fünf Jahren muss ein anständiger Batzen gezahlt werden, dass es nicht gehen wird. Und das weiß man. Und der Versuch, eine gewisse Hoffnung, kann ja darin bestehen, dass die Riesa nicht kaputt gemacht worden ist, sondern sogar wiedergewählt worden ist. Das zeigt ja irgendwie die Begrenztheit auch von Herrn Schäuble, der es glaube ich nicht so wollte. Auch wenn er vielleicht gedacht hat, naja, es ist stabiler. Aber ich glaube, er wollte es nicht. Und ich nehme auch überhaupt nicht an, dass Podemos sich davon beeindrucken lässt. Überhaupt nicht. Weil man nicht merkt hier, was eigentlich in Spanien passiert. Aber ich finde, wenn es eine Chance mit diesem dritten sogenannten Hilfs- und Wirklichkeit unter Minierungsprogramm gibt, dann muss man a. bei uns öffentlich sagen, dass diese Verordnung, es wird noch mehr gespart, wenn die Ersparnisse nicht erfolgreich sind, dass das angeprangert werden muss. Denn das heißt wirklich eine Perpetuierung, die von, da glaube ich, noch nicht mal das ganz viele Investitionen das Ganze erschaffen. Und da nicht genau zu sein, sondern immer wieder drüber wegzureden, das finde ich nicht gut. Ich fände es auch besser, wenn die griechische Seite ganz klar herausarbeitete, was die Bedingungen des Gelingens sind. Es war keine Frage, das gebe ich zu. Kein Problem, aber trotzdem würde ich dieses Statement weitergeben wollen an Herrn Pagulatus und ich frage mich, haben wir jetzt alle Ihr Wachstumskapitel in dem Programm überblättert oder auf welcher Seite haben Sie das gefunden? Again, the growth chapters in the program have to do largely with the structural reforms first of all. The program improves tax collection capacity. One of the greatest problem is that we cannot fund our welfare state and our public expenditure because we have huge tax evasion. So we get technical support, we get expert support in order to improve, among others, the independence of the Tax Revenue Authority. This has always been an instrument of governments, including the Syriza government. Now it is removed into an independent authority. I'm among those who support that this should happen because we have seen governments playing games with the tax authority and the special financial police and I do not exclude any government on that. The fact that this becomes independent at technocratic capacity is a positive development. Second, we need to build state authority and state capacity in terms of the judicial process. One of the main problems in Greece is that we have an extremely malfunctioning justice system and system of enforcement of contracts. You need 1,500 days in Greece to enforce a contract. You need 500 in the OECD. In our justice system, we have cases pending for years until they become... This is an extremely hostile environment for investors. Again, this is something that is supported by the program quite effectively. If these structural reforms had been part of the first program, which was almost exclusively about fiscal consolidation, we would have gone a long way in improving our state capacity. Improved state capacity means that we are able to attract the private investment that you mentioned. It is not only obviously a matter of public investment, it is a matter of making Greece a more attractive environment for doing business. So reducing red tape, all these issues that have to do with interface between private investors, not only foreign, but also domestic, and the state, is a very crucial area. And this program improves with a number of interventions the overall doing business environment. I could mention a whole, I don't want to bore you, but there are a number of structural areas where the effects can be visible and can be defended for the next few years as factors that will be promoting growth. I fully agree with what you said that we need a greater investment impetus. We have the Juncker package of 35 billion is mostly indeed funds that were from the past, but it's a macroeconomically significant investment package. And if it is supported by an inclusion into the quantitative easing program, which there's a high probability will be extending beyond September 2016, this means that the headline cost of credit costs for the private sector will also be increased quite significantly and will be reducing the environment of investment in Greece from that side as well. I would like to give another person the chance to take a question. I think Sie der Herr in der zweiten Reihe und dann nehme ich noch eine allerletzte Frage. Also mein Name ist Lamros Avedis, ich bin Grieche, seit 46 Jahren in Deutschland, ich war 20 Jahre im Verein der Hellenischen Gemeinde zu Berlin im Vorstand und zurzeit bin ich Mitglied der Linke und 2013 Kandidat der Linke zu den Bundestagswahlen in Steglitz-Zellendorf. Ich habe zwei Fragen, einmal Herrn Mayer und Herrn Paul Latus. Was ich zunächst aber bemerken möchte ist, ich wundere mich, dass niemand vom Podium, ich habe alles aufgeschrieben, ich werde das schnell durchlesen, niemand vom Podium wichtige Fakten nicht genannt hat, insbesondere vom Herrn, meinem Landsmann Paul Latus, habe ich es vermisst. Wichtige Fakten. Erstens, zunächst einmal möchte ich etwas erwähnen, erwähnenswert ist, auf jeden Fall, dass die Art, wie die griechischen Schulden entstanden sind, möchte ich drei Beispiele nennen, ganz schnell. Allem voran die pleite Abwendung der privaten Banken in Griechenland hat diese Schulden auf den Schultern der griechischen Bevölkerung, diese Verlagerung, die Banken wurden gerettet, private Banken und das griechische Volk hat es zu tragen. Das haben sie nicht genannt, ich wundere mich, das hat die Schulden Griechenlands erhöht, der Staatsschulden, so, weiter. Aber ich würde gerne am Ende eine Frage, ja. Ja, die Korruptionswissen den Europäern, zwischen zum Beispiel deutschen Firmen und griechischen Politikern, da sind Milliarden von Geldern verschwunden, in private Taschen, das wurde nicht genannt und die sind auch Schulden des griechischen Volkes. Und drittens, erwähnenswert ist, Beschlüsse der EU hat die griechische Agrarwirtschaft kaputt gemacht. Zum Beispiel, Pfirsiche wurden prämiert und wurden in Kanäle geschmissen, wunderschöne Pfirsiche gepflückt. Später kamen die Tomaten, dann die Oliven, zuletzt, zuletzt in Griechenland hat man Tabakproduktion, das ist ein wichtiger Faktor, ich komme aus einer Familie, die Tabak produziert, wurde gestoppt, die Menschen saßen im Café und tranken Uso und arbeiteten nicht. Ist das europäische Politik? Ich bezweifle das, dass es eine richtige Politik ist. So, nun komme ich zu meinen Fragen. Die Schulden in Griechenland sind nicht tragbar, das wissen wir, das sagt jeder, der vernünftige Ökonom, muss da nicht eine Schuldenkonferenz für alle problematischen Länder der EU stattfinden, wie 1958 in London für Deutschland Schuldenerlass gemacht wurde. Wieso ist das nicht möglich? Das ist eine Frage, speziell an Herrn Pagulatus. Zweitens. Die zweite Frage nehme ich. Die zweite, die letzte. Warum muss Griechenland in der Eurozone bleiben? Ich wundere mich. Genau wegen der nicht möglichen Abwertung mit dem Euro, deswegen nicht. Wissen wir denn nicht, dass durch eine nicht Abwertung der griechischen Währung, dass Griechenland nicht aus dem Stand kommt? Griechenland muss tatsächlich, meiner Meinung nach, runter mit seinem Lebensstandard und es muss Tomaten wieder exportieren und nicht Tomaten, die mit leeren Räumen aus Holland kommen, ohne Geschmack, ohne Sonne. Warum hat man das nicht kapiert? Hat man das nicht kapiert? Ich bedanke mich. Herr Fagulatos, bitte schön. Ich kann nicht einfach antworten all diese Fragen von Griechen und Tomaten aus den Niederlanden. Griechen Ich bin nicht sicher, ob Sie referieren an 2010 oder 2012. Vielleicht wir an die Frage ob wir eine große Restechnung brauchen. Wir brauchen die Restechnung. Wir brauchen die Restechnung. Die Restechnung ist vis-a-vis mainly die Eurozone countries. Wir sprechen nicht über die Restechnung zu den IMF. Wir sprechen nicht über die Restechnung zu den privaten sector. So, die Konferenz du beschreibst wird als interlocutors inevitably die Eurozone member States und die Eurozone. So, wenn wir sagen, wir agree mit der Konferenz und die Idee, wir dealen mit den Egociation in Eurozone level. Das ist die realistic Antwort auf Ihre Frage. Und es scheint mir sehr wichtig zu stellen die Probleme auf realistische footing. Es ist wichtig zu sehen welche kreative Lösungen wir haben zum Problem von Griechen , an dem den moralischen Termen, die nicht effektive in den generieren die notwendige Ergebnisse we want. So, we want a solution to the debt that will be able to recruit as much imagination and creativity in financial engineering if you like, in order to be able to reduce the net present value of the debt as much as possible by pushing the debt maturities as much as possible in the future by linking them with GDP growth rate etc. without this ending up into a haircut which this is the kind of negotiation that I believe we should be talking about rather than any other discussions which are really distraction Okay, thank you. So, die allerletzte Frage, da hat auch schon jemand das Mikro gekrallt, tut mir leid, den Herren in der Mitte, bitteschön. Es ist mir gebracht worden, tatsächlich. Mein Name ist Silke Mühler, ich arbeite für die Welt am Sonntag in Berlin, ich habe eine Frage an Herrn Pagolatos. Was nicht ganz fair ist, Fresseleute haben eigentlich sonst andere Chancen, Fragen zu stellen. Aber bitte. Sie haben das Mikro gebracht. Ich gebe es gerne weiter, wenn Sie möchten. Nein, machen Sie mal. You said that placing the option of a grass on the table from Mr. Schäuble was the biggest mistake of the year. So if that hadn't taken place, what would be the scenario in Greece today? I would like to say that we would have been better off. If I want to be cynically pragmatic I would say that Tsipras would be faced with a problem of internal party opposition that would be far more intense and severe than the one that he has today. Government instability would be the name of the day and we would still be discussing and negotiating the appropriate program while the economy would be sinking. It is quite a depressing factor that we have reached this outcome through a near death experience part of which was capital controls and the other part of which was the Brexit proposal. As I said it was something that undermined the viability of the euro and has undermined and will be undermining the economic even the fact that it was posted will require great effort by the partners and by the governments obviously to put it really outside the horizon. But it did act as a catalyst and an accelerator of developments. So, fine. Dann sage ich erstmal ein riesengroßes Dankeschön an die Mitdiskutanten. Genau, gerne einen Applaus. Ich glaube, es war eine wirklich spannende Runde und ich fand es auch toll, dass Herr Pagulatus sicherlich mehr Redezeit bekommen hat als die anderen, aber dafür hatten wir die griechische Sicht. Ich möchte ein großes Dankeschön auch an die beiden Übersetzer geben, die jetzt das hoffentlich auch noch übersetzen. Und dann möchte ich Sie noch bitten, bleiben Sie doch Griechenlands. Dankeschön.